Das geheime Rezept In einem kleinen Dorf lebte eine alte Frau namens Frau Müller. Sie war bekannt für ihre kulinarischen Künste und betrieb einen kleinen Gemischtwarenladen, in dem sie hausgemachte Leckereien verkaufte. Die Menschen im Dorf liebten ihre Backwaren, besonders ihre berühmten Apfelkuchen. Doch das Geheimnis ihres Apfelkuchens war nicht nur das saftige Obst oder der knusprige Teig, es war ein geheimes Rezept, das sie sorgfältig gehütet hatte. Eines Tages, als die Sonne golden über dem Dorf unterging, kam ein junger Mann namens Tom in den Laden von Frau Müller. Er hatte von ihrem leckeren Apfelkuchen gehört und konnte nicht widerstehen, einen zu kaufen. Als er den ersten Bissen nahm, fand er den Geschmack so einzigartig und köstlich, dass er beschloss, Frau Müller nach dem geheimen Rezept zu fragen. Frau Müller lächelte, als Tom nach dem Rezept fragte. Sie erklärte ihm, dass es sich um ein Familiengeheimnis handelte, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Doch Tom ließ nicht locker und bat immer wieder darum, das Rezept mit ihm zu teilen. Schließlich willigte Frau Müller ein, aber unter der Bedingung, dass Tom ihr bei einigen Besorgungen half. Tom willigte ein und folgte Frau Müller zu verschiedenen Geschäften im Dorf. Gemeinsam kauften sie frische Äpfel, duftende Gewürze und hochwertiges Mehl. Auf dem Rückweg erzählte Frau Müller Tom von ihrer Familie und der Bedeutung des Rezepts für sie. Es war nicht nur eine Liste von Zutaten und Anweisungen, sondern ein Erbe, das Liebe und Tradition miteinander verbannt. Zurück in Frau Müllers Küche begannen sie mit der Zubereitung des Apfelkuchens. Während sie die Äpfel schälten, den Teig kneteten und die Gewürze hinzufügten, teilte Frau Müller Geschichten aus ihrer Jugend und den Ursprüngen des geheimen Rezepts. Tom hörte aufmerksam zu und spürte, wie wichtig diese Geschichten für die alte Frau waren. Als der köstliche Duft des Kuchens den Raum erfüllte, war die Verbindung zwischen Frau Müller und Tom stärker geworden. Sie hatten nicht nur ein Rezept geteilt, sondern auch Erinnerungen und Geschichten, die ihre Herzen miteinander verbannten. Der Apfelkuchen, der aus dem Ofen kam, war mehr als nur ein kulinarisches Meisterwerk, er war das Ergebnis von Gemeinschaft und geteilten Momenten. Am Ende des Tages saßen Frau Müller und Tom zusammen am Küchentisch und kosteten den selbstgemachten Apfelkuchen. Die Dorfbewohner, die von dem leckeren Duft angelockt wurden, schlossen sich an und genossen gemeinsam die Köstlichkeit. Die Geschichte des geheimen Rezepts wurde weitergetragen, nicht als eine Liste von Zutaten, sondern als ein Erbe der Gemeinschaft und des Teilens. In diesem kleinen Dorf fanden die Menschen Freude und Verbundenheit nicht nur in einem Rezept, sondern in den Geschichten, die es begleiteten. Der Zauber des alten Brunnens Es war einmal ein kleines Dorf, eingebettet zwischen sanften Hügeln und duftenden Blumenfeldern. In der Mitte des Dorfes befand sich ein alter Brunnen, der eine geheimnisvolle Ausstrahlung hatte. Die Dorfbewohner erzählten sich Geschichten über den Zauber dieses Brunnens, der seit Generationen existierte. Eines Tages kam ein junger Mann namens Elias in das Dorf. Er war auf der Suche nach Ruhe und Frieden und hoffte, dass der Zauber des alten Brunnens ihm Trost bringen würde. Als er den Dorfplatz erreichte, spürte er sofort die besondere Atmosphäre, die um den Brunnen hing. Das klare Wasser schimmerte in der Sonne, und der Platz war von einer ruhigen Stille erfüllt. Elias setzte sich auf die Steinbank neben dem Brunnen und betrachtete das Wasser, das leise vor sich hin plätscherte. Er spürte, spürte, wie die Anspannung aus seinem Körper wich, und ein Gefühl der Geborgenheit breitete sich in ihm aus. Elias fühlte sich von der Magie des Brunnens berührt, auch wenn er nicht genau erklären konnte, warum. In den folgenden Tagen erkundete Elias das Dorf und freundete sich mit den Einwohnern an. Er hörte ihre Geschichten über den Brunnen und die Legenden, die sich darum rankten. Einige glaubten, dass der Brunnen Wünsche erfüllen könne, während andere daran festhielten, dass er die Seele reinigte. Elias fand die Vielfalt der Überzeugungen faszinierend. Ein älterer Dorfbewohner namens Herr Schmidt erzählte Elias von den traditionellen Festen, die rund um den Brunnen gefeiert wurden. Die Menschen tanzten, sangen und lachten zusammen, und der Brunnen schien der Mittelpunkt aller Freuden zu sein. Elias spürte die Herzlichkeit der Dorfgemeinschaft und war dankbar, ein Teil davon zu sein. Mit der Zeit verstand Elias, dass der Zauber des alten Brunnens nicht nur im Wasser lag, sondern in der gemeinsamen Geschichte und Tradition des Dorfes. Die Dorfbewohner hatten eine tiefe Verbindung zu diesem Ort, der mehr als nur ein Versorger von Wasser war. Der Brunnen war ein Symbol der Zusammengehörigkeit und der gemeinsamen Erfahrungen. Eines Tages organisierte das Dorf ein Fest, um die Ankunft des Frühlings zu feiern. Die Menschen schmückten den Brunnen mit Blumen und bunten Bändern. Gemeinsam sangen sie Lieder und tanzten fröhlich um den Platz. Elias spürte, wie der Zauber des Brunnens sich in jedem Lächeln und in jedem fröhlichen Moment manifestierte. Als die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand, versammelten sich die Dorfbewohner um den Brunnen, um ihm für all die Jahre der Gemeinschaft und Freude zu danken. Elias lächelte, denn er hatte nicht nur einen Ort der Ruhe gefunden, sondern auch eine Gemeinschaft, die ihn mit offenen Armen aufgenommen hatte. In dieser Nacht, als die Sterne über dem Dorf leuchteten und der Brunnen im sanften Mondlicht glänzte, fühlte Elias eine tiefe Verbundenheit mit dem Zauber des alten Brunnens. Der Ort hatte ihm nicht nur Frieden geschenkt, sondern auch eine Familie gefunden, die ihn in ihre Traditionen und Geschichten einbezogen hatte. Der Zauber des Brunnens hatte Elias Leben verändert und ihm einen Ort der Zugehörigkeit geschenkt, den er nun sein Zuhause nennen konnte. Der Zauber des Brunnen